Sparen Sie sich den Holzhammer für Ihre Schwiegermutter auf und entdecken Sie die Vorteile dieser sanften, aber überaus effektiven Methode der Neukundengewinnung. Wie in Gottes Namen kann man denn bloß so draufgängerisch sein, über 22.000 deutsche Rechtsanwälte gleichzeitig per Fax zu behelligen? Unaufgefordert versteht sich. Da kann man sich ja gleich die Abmahnungskugel geben. Erstens, man muss nur, so wie ich, Wolfgang Rademacher heißen. Zweitens, man muss dabei eine völlig neue, sanfte und von mir selbst entwickelte Methode der Neukundengewinnung ausprobieren. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, ich bin Wolfgang Rademacher. Sie ahnen es schon, als erfahrener Akquisitionsfuchs habe ich es tatsächlich gewagt und die für ihre reflexartige Abmahnwut bekannten Volljuristen mit meinen Werbefaxen überrascht. Sie werden es nicht glauben, 99,98% der Angeschriebenen hatte diese forsche Aktion nicht im geringsten gejuckt. Ganze fünf von über 22.000 angeschriebenen Advokaten schickten postwendend ein Abmahnschreiben und fielen damit ruckzuck auf die Nase. Immerhin ein einziger unduldsamer Paragrafenreiter zerrte mich tatsächlich vor Gericht, ging aber dort sofort mit Pauken und Trompeten baden. Sie sehen also, diese neue, sanfte Methode der Neukundengewinnung ist praktisch völlig abmahnsicher. Allein schon deswegen ist es eine exzellente Alternative zu den üblichen, holzhammerartigen Werbe-E-Mails und Werbefaxen, die Ihnen garantiert keine neuen Kunden einbringen, sondern höchstens eine Menge Ärger. Diese Methode stelle ich Ihnen in meinem Ratgeber Besucherströme clever steuernd ausgiebig vor. Sie werden sehen, dass diese völlig neue Art, wildfremde Menschen anzusprechen und für ihr Angebot zu begeistern, Ihnen nicht nur juristische Vorteile bringt. Lassen Sie es mich hier genau erklären, warum es schon rein verkaufspychologisch absolut keinen Sinn macht, Menschen, die Sie noch gar nicht richtig kennen, schon beim allerersten Kontakt per E-Mail und Fax gewissermaßen niederknüppeln zu wollen, um Sie zum Kauf zu bewegen. Wie Sie die Instrumente E-Mail und Telefax viel geschickter einsetzen können, um potenziellen Käufern sanft anzusprechen, so dass Sie ihnen freiwillig und voller Freude Ihre Produkte abkaufen. Wie Sie sich preisgünstig aus der Affäre ziehen, falls Sie wegen Ihrer früheren Holzhammer-Spam-Mails oder Faxen ein bedrohliches Abmahnschreiben vom Anwalt oder Wettbewerbsverein erhalten haben. Und vieles mehr. Mit dieser völlig neuen Art der Kaltakquise werden Sie wahre Ströme von Kunden auf Ihre Webseite ziehen können. Clever, mühelos, nachhaltig und ohne jeden juristischen Ärger. Und Kundenströme sind doch genau das, was Sie dringend brauchen, wenn Sie im Internet Geld verdienen wollen und keines an Rechtsanwälte verlieren. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben, selbst wenn Ihnen das Wasser bis zum Halse steht. John F. Kennedy sagte schon, es gibt eine Sache auf der Welt, die teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Bleiben Sie stark. Geile Gewindung. Hier gilt Normalerie. Auch das ist eine Gange. olika Sorgen absente, Untertitelung des ZDF, 2020